In vielen Stellen noch mal veränderten Worte der Begrüßung an den Papst beendet. Man bekommt nun ein kleines Gastgeschränk von dem Papst. Auch das gehört zu den schönen, finde ich, Gesten, die der Papst immer wieder unternimmt, um zu zeigen, dass er eben nicht nur einfliegt, sondern dass er den Menschen begegnet, dass er ihnen zuhört und dass er einen kleinen Austausch von Gesten und Geschenken auch deutlich macht. Luigi Antonio Cantafora ist der Bischof von La Mezia und er wendet sich nun an den Papst. Heiliger Vater, unsere Freude ist groß. Die Nachricht, dass Sie uns besuchen würden, hat uns staunen lassen und Dankbarkeit gegeben.